Hallo liebe Forge of Empires Freunde und willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Mal soll es, wie schon gut sichtbar, bei mir um das Burgsystem gehen. Ich möchte aber kein Video dazu machen, wie es grundsätzlich funktioniert und was es für Preise gibt. Und ich möchte mich nur darauf konzentrieren, wie man Punkte bekommt. Dazu sollten wir uns zuerst mal die Ankündigung von InnoGames nochmal anschauen. Deswegen schalte ich jetzt mir mal um. Und das ist die Ankündigung für das Burgsystem. Und hier steht da, wie man Burgpunkte sammeln kann. Der erste Punkt ist erfolgreiche Kämpfe und Verhandlungen. Das möchte ich euch kurz zeigen. Und zwar an der Gildenexpedition, weil ich da sowohl kämpfen als auch verhandeln kann. Okay, wir haben hier die erste Plattform, die ich jetzt hier kämpfen und verhandeln kann. Man sieht, das Menü hat sich hier auch leicht geändert. Und ich würde die jetzt verhandeln. Und ihr seht jetzt hier, dass ich bei einer erfolgreichen Verhandlung 26 Burgpunkte bekomme. Könnt ihr nochmal gucken, wie viele Punkte ich aktuell gerade habe. 1.691. Und jetzt mache ich mal die Verhandlung. So, erfolgreiche Verhandlung. Jetzt müsste ich eigentlich 26 Punkte mehr haben. Können wir mal reinschauen ins Burgsystem. Und wir sehen, die 26 Burgpunkte werden jetzt oben drauf gerechnet. Wenn ich jetzt eine weitere Verhandlung machen wollen würde, dann seht ihr, es gibt nur noch 24 Punkte. Also ihr könnt erkennen, dass bei jeder Verhandlung, die ihr macht am Tag, zwei Punkte abgezogen werden. Es startet bei 30 und es werden dann immer jeweils zwei Punkte abgezogen, bis dann nach 15 Verhandlungen das Ganze auf 0 runtergewandert ist. Das heißt, ihr bekommt für die ersten 15 Verhandlungen Burgpunkte. Und genau das gleiche gilt auch für Kämpfer. Wenn ihr einen Kampf gewinnt, dann würde hier im Anschluss auch ein Fähnchen angezeigt werden, wie viele Burgpunkte ihr gemacht habt. Ich habe allerdings schon mehr als 15 Kämpfe heute gemacht. Deshalb werden für mich jetzt hier auch keine weiteren Punkte angezeigt, da ich das Maximum von 15 Kämpfen schon erreicht habe. Soviel zu den Kämpfen und den Verhandlungen. Dann schauen wir mal, was es als nächstes gibt. Beenden von großen Gildenexpeditionsbegegnungen. Da bekommt man auch Punkte fürs Burgsystem. Und wie es der Zufall so will, stehen wir vor einer großen Station. Und ich klicke mal drauf und ihr seht schon, hier gibt es zusätzliche Belohnungen. Es gibt jetzt hier 45 Burgpunkte für den Kampf und 69 Burgpunkte für die Verhandlung. Wodurch ihr euch nicht irritieren lassen dürft, ist diese höhere Zahl für die Verhandlung. Das ist nämlich die aufaddierte Punktzahl. Wenn ich jetzt woanders in der Verhandlung mache, dann werden dort zwei Punkte abgezogen. Das kann ich euch eben auch zeigen. Also wir sind jetzt hier bei 69. Ich gehe jetzt nochmal in die Gildengefechte und mache eine Verhandlung. Und jetzt werdet ihr sehen, man bekommt jetzt eben nicht mehr 69 Punkte für die Verhandlung, sondern nur noch 67, weil eben diese zwei Verhandlungspunkte jetzt abgezogen wurden. Es spielt also keine Rolle, wo ihr verhandelt. Es ist hier nur die Aufaddition. Es ist so, dass ihr pro Stufe unterschiedliche Punkte in den großen Plattformen bekommt. Ihr bekommt auf der ersten Stufe je 15 Punkte, auf der zweiten Stufe je 30 Punkte, auf der dritten Stufe je 45 Punkte und auf der vierten Stufe je 60 Punkte pro großer Station. Der nächste Punkt ist der Kauf von Gegenständen beim Antiquitätenhändler. Also gehen wir zum Antiquitätenhändler. Und auch hier seht ihr diese Fähnchen, die die Burgpunkte anzeigen, die ihr bekommen würdet, wenn ihr hier etwas kauft. Ich habe heute schon was gekauft und zwar einen ungebundenen Agenten und der hat mir acht Burgpunkte gegeben. Das gleiche steht auch in der Ankündigung. Gewinn von Geboten beim Antiquitätenhändler. Wäre, wenn ihr jetzt hier auf diese Ballonanlage zum Beispiel bietet und am Ende das Angebot gewinnt, bekommt ihr 30 Punkte fürs Burgsystem. Der nächste Punkt ist Erfolgreicher Abschluss der täglichen Herausforderungen. So, das habe ich mir gerade aufgehoben. Ich habe hier schon alle Quests fertig und für den erfolgreichen Abschluss bekomme ich jetzt hier 100 Burgpunkte. Das sammle ich ein, bekomme es auch angezeigt und ihr seht, wenn ich in die Burg gehe, 100 Punkte rum drauf. Und das Besondere ist dann hier auch, das steht jetzt hier auch darunter, bei sieben Stück gibt es nochmal extra Punkte, dass ich, wenn ich morgen die siebente Quest abschließen werde, zusätzlich nochmal 700 Burgpunkte bekommen werde. Auf die bisherigen Punkte oben drauf, also man bekommt 100 Punkte für jede tägliche Herausforderung und 700 Punkte dann einmal die Woche, wenn man die täglich schafft. Dann gibt es Punkte aus der täglichen Burgtruhe. Das möchte ich euch hier auf meiner Nebenwelt zeigen, da ich das auf meiner Hauptwelt schon abgeholt habe. Und ich hole jetzt hier die Burgpunkte ab und wir sehen, wir bekommen heute 15 Punkte und morgen werden es 20 sein. Das ist das zweite Mal, dass ich das jetzt hier abhole auf meiner Nebenwelt. Und es gibt hier auch eine Serie und ich werde euch mal den Punkteverlauf zeigen. Das kann man nämlich ganz gut im Fandom-Wiki sehen. Hier seht ihr die Castle Points und da seht ihr, was man bekommt. An Tag 1 gibt es 10 Punkte, dann 15, 20, 25, 30, 35 und am siebten Tag, wenn man die ganze Strecke geschafft hat, kriegt man ganze 100 Burgpunkte. Und danach beginnt es wieder von vorne. Es ist übrigens so, dass ihr das nicht verliert. Also solltet ihr einen Tag nicht da sein, dann geht die Strecke nicht verloren, sondern sie wird eben einen Tag später weitergezählt. Also ihr verliert jetzt hier nichts, wenn ihr mal im Urlaub seid oder irgendwie einen Tag nicht spielen könnt. Als letztes gibt es Punkte durch Ingame-Käufe. Zu den Ingame-Käufen kann ich nichts genauer sagen, weil man hier keine Informationen hat, wie viele Burgpunkte man bekommt. Oder ob man hier überhaupt Burgpunkte bekommt, wenn man jetzt was kauft. Ich habe allerdings gelesen, dass man wohl für den Gegenwert von 4 Euro 2000 Burgpunkte bekommen soll. Wenn das linear ansteigt, dann würde das bedeuten, dass man pro ausgebenden Euro 500 Burgpunkte bekommen könnte. Wenn ihr dazu mehr wisst, dann könnt ihr mir das gerne in den Kommentar schreiben. Dann können das auch andere lesen, die da vielleicht Interesse daran haben. Was eigentlich ganz schön wäre, wo es zusätzlich noch Punkte geben könnte, wäre fürs Motivieren. Man könnte ja sagen, es gibt hier eine kleine Anzahl von Punkten, wenn man motiviert. Vielleicht einfach nur einen Punkt pro Motivation. Das sind ja auch jede Menge. Wenn man 140 Freunde hat, dann würde man 140 Punkte bekommen. Dass es einfach ein Motivator ist, ein Motivator zu motivieren. Weil das Motivieren ist etwas, was wirklich sehr stiefenmütterlich behandelt wird von vielen Spielern. Und wenn es dafür Burgpunkte geben würde, dann wäre es wirklich etwas, was viel häufiger und viel öfter wieder gemacht werden würde. Das wäre jetzt noch eine Anregung von mir, wofür man diese Burgpunkte noch bekommen könnte. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Es gibt auch bereits erste Spekulationen darüber, wie lange es wohl dauern wird, bis ihr die Burg auf die höchste Ausbaustufe 15 ausgebaut habt. Ihr seht hier im Fandom-Wiki, es fängt mit relativ wenig Punkten an. 500, 3000, 7500 bis zur dritten Stufe. Aber es geht dann auch steil bergauf. Und wenn man hier ganz nach unten scrollt, dann findet man die 15. Stufe, die letzte, wo ihr insgesamt über eine Million Burgpunkte braucht, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann habe ich mir mal die einzelnen Quellen angeschaut, wie viele Punkte pro Woche man denn machen kann. Und ich bin darauf gekommen, dass man pro Tag aus Kämpfen und Verhandlungen zusammengerechnet 480 Burgpunkte machen kann. Das bedeutet, dass man hier 3360 pro Woche schaffen kann. Die Gildenexpedition hat 4 Plattformen auf Stufe 1, 4 auf 2, 4 auf 3 und 4 auf Stufe 4. Das ergibt insgesamt 600 Burgpunkte pro Woche. Den Antiquitätenhändler kann man jetzt schlecht dazu rechnen, da es unklar ist, wie viel jeder Einzelne dort kauft. Das könntet ihr euch natürlich selbst mal überschlagen, anhand dessen, was ihr so ausgibt im Antiquitätenhändler und was ihr da an Burgpunkten bekommt. Dann kämen die täglichen Herausforderungen dazu. Das macht 100 Punkte am Tag und dann nochmal zusätzlich 700 die Woche. Zusammengerechnet 1400 in der Woche. Die Burgtruhen, die man einsammeln kann im Menü des Burgsystems, ergeben in der Woche 235 Punkte. Und die Ingame-Käufe hängen natürlich auch von jedem selbst ab, wie viele Diamanten jeder bereit ist zu kaufen. Und es ist ja auch noch nicht so ganz klar, was es da überhaupt an Punkten gibt. Wenn wir das jetzt hier alles zusammenziehen, dann komme ich auf 5595 Punkte in der Woche, die ich erreichen kann, wenn ich sehr stringent alle Aufgaben erfülle, ohne den Antiquitätenhändler und Ingame-Käufe einzubeziehen. Wenn man die Gesamtpunktzahl der Burg auf Stufe 15 von über einer Million Punkte durch diese 5595 Punkte, die man pro Woche machen kann, teilt, dann kommt man auf 185,8 Wochen, die man braucht, um die Burg voll auszubauen. Und das entspricht ungefähr 3,5 Jahren. Das heißt, da muss man schon ganz schön Geduld zu haben und es geht nicht so schnell wie bei der Taverne. Ich werde es auf jeden Fall auf meiner Hauptwelt auch versuchen, dass ich jeden Tag meine 15 Verhandlungen mache, dass ich jeden Tag meine 15 Kämpfe mache, dass ich die tägliche Herausforderung möglichst täglich schaffe und dann auch am Ende der Woche die 700 Punkte einsammle. Was auch für die Nebenwelten ein ganz einfacher Punkt ist, ist einfach hier diese Truhen einzusammeln. Das kriegt man auch auf den Nebenwelten immer hin, denke ich. Die Gildenexpedition ist bei mir sowieso so eine Pflichtsache. Das mache ich auf allen Welten, auch auf den Nebenwelten immer voll durch. Und die anderen Optionen, ja, das passiert halt durchaus hin und wieder. Und Käufe beim Antiquitätenhändler mache ich halt auch hin und wieder. Das würde ich jetzt nicht fokussieren. Da werde ich jetzt nicht täglich irgendwie alles wegkaufen, was es beim Antiquitätenhändler gibt. So viel Geduld habe ich dann doch. Und wer diese Geduld nicht hat, der hat dann auch die Möglichkeit, eben durch Ingame-Käufe die Burgpunkte, die man bekommt, zu beschleunigen. Aber das würde ich dann nur empfehlen, wenn es eben auch ein Event gibt und irgendwas Nützliches, was sich lohnt, mit den Diamanten zu kaufen. Sonst war es das von mir zum Burgsystem. Falls ihr noch mehr Infos darüber haben wollt, verlinke ich euch noch die Videos von anderen YouTubern unter meinem Video. Oder sucht einfach selber und sucht euch den YouTuber raus, der euch da irgendwie am besten passt. Da gibt es einfach genug Auswahl, wo das Burgsystem an sich schon erklärt wird. Dann euch viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Video. Ciao.